Seit heute gibt es in Adopt Me ein neues Ei und zwar das Garden Bag. Bevor wir reingehen in die Nursery, oh es regnet, okay, gucken wir mal ganz kurz, wir haben 14.127 Bugs. Die habe ich alle komplett selber gefarmt, wie immer, ich habe hier noch nie Bugs mit Robux gekauft, weil ich persönlich finde, das ist viel, viel, viel zu teuer. Aber heute wollen wir Garden Pads bekommen. Ich habe absolut keine Ahnung, was mich erwartet, denn ich habe kein einziges Video angeguckt. Ich persönlich finde es irgendwie cooler so. Nein, wie süß bist du denn? Hi. Oh mein Gott, wie süß, guckt mal. Oh mein Gott, ich lieb's. Oh mein Gott, wie schön, sieht denn bitte Adopt Me aus? Wow. Ist das mein Ernst, jetzt wird es dunkel? Warum wird es hier immer dunkel, wenn ich anfange zu filmen? Ach man. Das ist das Garden Egg. Oh mein Gott, wie schön ist denn das Garden Egg? Es kostet immer noch 750, was mich ziemlich freut. Es ist ein bisschen anstrengend, dass es jetzt finster ist. Und das Garden Egg ist müde. Oh mein Gott, Leute, wie schön. Guckt euch dieses wunderschöne Ei an. Oh mein Gott. Ist das das schönste Ei, das wir jemals hatten von Adopt Me? Ich glaube schon. Leute, wir haben dieses Mal 8 Pets. Das hieß es zumindest, als wir uns gerade eingeloggt haben. Das bedeutet, es sollte dieses Mal leichter sein. Zumindest alle bekommen alle... Was? Was ich sagen wollte ist, es sollte einfacher sein, alle Pets zu bekommen. Natürlich bis auf die Legendary. Wir haben 35% Common, 25% Uncommon, 24% Rare, 12% Ultra Rare und 4% Legendary. Ich habe keine Ahnung, was es für Pets gibt. Wir machen einfach mal das allererste auf und es klappt nicht. Oh mein Gott, Leute. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich liebe dieses Ei. Ich glaube, ich muss ganz viele von diesen Eiern behalten, weil... Wartet. Oh mein Gott. Wie süß bist du denn? Das ist nicht unser Ernst. Der Maulwurf ist ja mega süß. Okay, lasst uns noch eins kaufen. Ich wollte eigentlich nicht alle Bugs ausgeben, die ich so lange gefarmt habe. Aber ein paar können wir definitiv aufmachen. Denn eigentlich hätte ich gerne alle von den Garden Pets. Ich liebe das Ei. Oh mein Gott, Leute. Ich bin einfach so begeistert von diesem Ei. Was ist drin? Ist das unser Ernst? Wir haben noch einen Maulwurf bekommen. Ernsthaft? Was ist denn der Maulwurf? Uncommon. Wir haben 25% auf Uncommon. Okay. Könnten wir vielleicht dieses Mal ein anderes Pet bekommen? Bitte? Also ich hätte gern so ein anderes Pet vielleicht. Also irgendeins. Es ist mir auch egal. Es kann auch common sein. Ich möchte nur gerne nicht nochmal einen Maulwurf, bitte. Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Oh mein Gott! Eine Gartenschlange. Heißt die bei uns Gartenschlange? Ich glaube nicht. Ich glaube, die heißt bei uns alles. Aber wie süß ist denn die? Bitte! Oh mein Gott! Okay. Die ist mega süß. Jetzt wird es hell. Let's go! Es wird hell. Es ist perfekt. Wir machen gleich das nächste auf. Oh, es muss ins Krankenhaus. Oh, es muss ins Krankenhaus. Ach, du grüne Neune. Lass uns einfach schnell aufmachen. Für, was noch irgendwelche Sachen bekommt. Und... Ist das unser Ernst? Ist das unser Ernst? Oh mein Gott, Leute. Ich glaube, es ist unser Ernst. Okay. Wir haben absolut kein Glück. Aber wisst ihr, was mir auffällt? Ich glaube, es war früher 45 Robux, oder? Weil guckt mal. Wenn wir jetzt ein weiteres Ei aufmachen, dann kostet es 35 Robux. Hat es nicht früher 45 Robux gekostet? Ich bin mir nicht mehr sicher. Ich muss mal in einem alten Video von mir nachgucken. Aber ich glaube, es waren 45 statt 35. Bin mir nicht sicher. Leute, aber wir machen das nächste Garden Egg auf. Und ich möchte bitte ein neues Pen. Bitte gib mir ein neues Pen. Bitte, 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 bitte. Oh mein Gott. Oh mein Gott, du bist so süß. Oh mein Gott, ist das nicht unser Ernst? Hat sie eine Sonnenbrille auf? Ist das unser Ernst? Wartet, wir müssen sie in die Hand nehmen. Oh mein Gott, bist du süß. Rosy Maple Moth. Oh mein Gott, bist du süß. Oh mein Gott, Motten sind doch eigentlich nicht so süß, oder? Sind Motten süß? Ich glaube, nicht so süß wie diese hier. Aber sie ist auch Rosy Maple. Okay, aber lassen wir uns noch eins aufmachen. Wir haben noch Geld. Es ist alles noch super easy. Wir haben jetzt noch 9627. Also wir haben noch genug Geld, noch ein paar Eier aufzumachen. Oh mein Gott, Leute. Wir machen jetzt das Ei auf und dann gucken wir mal ganz kurz, was die ganzen Pets noch sind. Bitte gib mir ein neues Pen. Ein neues Pen. Ein neues. Du bist Carmen. Und ich hab dich jetzt dreimal. Ist das unser Ernst? Was? Die Rosy Maple Moth ist legendary. Deswegen ist sie so süß. Leute, wir hätten vielleicht eher gucken sollen. Ich hab, wie gesagt, ich hab nichts angeguckt. Ich weiß gar nichts. Ich lass mich komplett überraschen. Gefällt mir persönlich, glaub ich, einfach besser. Sie ist legendary. Als ob das wievielte Pet war das, das wir gezogen haben? Das legendary? Ich bin mir jetzt nicht mehr sicher, Leute. Wir haben auf jeden Fall mindestens drei oder vier davor gehabt. War das unser fünftes Pet? Oh mein Gott. Als ob wir haben das legendary Pet bekommen. Ich glaub, wir haben irgendwie mehr Legendaries, glaub ich. Haben wir nur eins? Wir gucken später nach. Wir machen auf jeden Fall noch eins auf. Ich mein, deswegen ist die einfach so süß. Ich war ja gleich so krass begeistert. Oh mein Gott, Leute. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Wir haben einen Legendary gezogen und ich hab's nicht gecheckt. Das kann, glaub ich, auch nur mir passieren, oder? Also, sonst noch jemand vielleicht? Eventuell? Alter, ich möchte nicht mehr eine Gartenschnecke. Ähm, ähm, Schlange. Ach man, diese Gartenschlange. Ich möchte keine mehr, bitte. Dann möchte ich lieber den Maulwurf. Der hat mir besser gefallen. als die Schlange, bitte. Ach man. Könnte ich ein neues Pet haben, bitte? Vielleicht eins, das ich noch nicht habe? Es würde mich echt voll freuen. Bitte. Ja, okay. Ich hab gesagt, dass ich lieber den Maulwurf haben wollen würde, als die Schlange. Aber jetzt hätte ich gerne bitte ein Pet, das ich noch nicht habe. Ist das möglich? Ich bin mir nicht sicher, Leute. Wir haben jetzt, wir haben jetzt bis jetzt Common, Uncommon und einfach Rare und Ultra Rare haben wir komplett übersprungen und ein Legendary gezogen. Let's go. Let's go. Bitte. Bitte. Leute, ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich bekomme nur Gartenschnecken. Wir haben jetzt fünf Gartenschnecken. Also, falls ihr eine Gartenschnecke wollt, ich habe sie alle. Was machen wir denn jetzt? Wir haben bis jetzt nur drei von acht Pets. Aber, wie gesagt, diese kleine süße Motte ist das Süßeste, was ich bis jetzt gesehen habe. Guckst du denn? Guckst du denn, sie ist so voll, vollkommen niedlich? Jetzt wartet, wir könnten sie mal benennen. Vielleicht bringt es irgendwas. Wir nennen sie jetzt Rosie, weil sie so cute ist. Sie ist so cute. Rosie, du heißt Rosie und ich gebe dich nie wieder her, weil du so cute bist. Könntest du, liebe Rosie, uns jetzt vielleicht Glück bringen mit diesem nächsten Ei. Das würde mich sehr freuen. Bitte, liebe Rosie. Lasst uns jetzt gerne auch mal ein Like auf dem Video da. Vielleicht bringt es etwas. Bitte. Habt ihr kein Like auf dem Video da gelassen? Ist das euer Ernst? Bitte lasst jetzt ein Like auf dem Video da, dass wir ein neues Pet bekommen. Also eins, das wir noch nicht hatten. Bitte. Bitte like das Video. Das hat in der Vergangenheit immer funktioniert. Bitte. Habt ihr geliked? Habt ihr geliked? Falls ja, könnt ihr auch ein Abo da lassen. Und dann, das ist jetzt unser Community-Pet. Leute, unser Community-Pet. Wenn ihr nicht geliked habt, seid ihr schuld, wenn es wieder eine Schlange ist. Okay, habt ihr geliked oder nicht? Bin ich gespannt. Hat niemand dieses Video geliked? Ich weiß nicht, vielleicht ist es einfach auch gar nicht möglich, Rare und Ultra Rare zu bekommen. Ich bin mir nicht sicher. Wir haben noch 5800 Bugs. Wie gesagt, ich wollte eigentlich nicht alle Bugs ausgeben, aber ich hätte jetzt eigentlich schon mal gern wenigstens ein anderes Pet noch gesehen, Leute. Ich meine, wir haben das Legendary. Grundsätzlich, glaube ich, ist es so, wenn man ein Legendary bekommen sollte, oh mein Gott, was ist das? Was? Habt ihr alle gerade das Video nach dem Maulwurf geliked, weil ihr schlechtes Gewissen hattet? Falls ja, also schreibt mir mal jetzt in die Kommentare, wer hatte schlechtes Gewissen und hat geliked, nachdem ich nochmal einen Maulwurf bekommen habe, weil ihr wartest, dass ich nochmal ein Legendary bekomme. Was ist das denn? Wir haben jetzt zwei Legendary, fünf an Carmen und fünf Carmen. Ist das überhaupt möglich? Leute, ich möchte einfach nur noch ein anderes Pet haben und Rosie so, let's go, ich bin die coolste und ich droppe einfach nochmal. Rosie, ich liebe dich, du bist das schönste Pet, aber liebste aller Rosies, ich hätte gern noch ein Rare oder ein Ultra Rare, bitte. Bitte. Ich hatte nur noch 4000 Bugs, jetzt wird's aber kritisch. Ich habe nur noch 4000 Bugs, ich würde gern ein paar Bugs aufbewahren, bitte. Was bist du? Wir haben ein neues Pet bekommen, den Blue Jay, als ob. Oh mein Gott, bist du süß. Oh mein Gott, bist du süß, als ob. Wir haben es geschafft, Leute, wir haben noch ein anderes Pet bekommen. Oh mein Gott, das war, also wir haben zwei Legendaries bekommen, bevor wir einen Rare bekommen haben. Das ist so krass. Der ist so süß, guckt mal, der Blue Jay, oh mein Gott, wie er schläft. Ich liebe die Garden Pets, wie süß sind denn die? Wollen wir noch eins aufmachen? Ich hätte gesagt, wir machen jetzt noch eins auf und wenn das nochmal ein neues Pet ist, machen wir noch eins auf. Ansonsten glaube ich, ist es unser letztes Pet, weil wir schon ziemlich viele Carmen und Uncummen bekommen haben. Jetzt läuft's bei uns, Leute, es läuft, es läuft und läuft und läuft. Wie cool, Praying Mantis, oh mein Gott. wir haben jetzt eins, zwei, drei, vier, fünf Pets von acht. Oh, das ist so cool. Okay, richtig cool. Okay, wir machen noch eins auf. Wir machen jetzt so lange noch Pets auf, ähm, äh, Eggs auf, nicht Pets, bis wir entweder kein Geld mehr haben oder wir einen Pet doppelt bekommen. Jetzt wird's nämlich ziemlich schwierig, dass wir noch einen Pet bekommen, weil ich möchte vermeiden, dass wir jetzt nur noch doppelte Pets bekommen. Bist du ein neues Pet? Bist du? Du bist kein neues Pet. Okay, das heißt, wir haben jetzt wie viele Pets aufgemacht, äh, Eggs aufgemacht? Sechs, elf, zwölf, dreizehn, vierzehn, fünfzehn. Wir haben 15 Eggs aufgemacht, haben zwei Legendary bekommen, sechsmal Uncommon, fünfmal Carmen, einmal Rare und einmal Ultra Rare. Das ist ziemlich crazy, Leute, das ist ziemlich crazy und mein absoluter Liebling ist unsere Rosie. Sie ist sofort ein Pet gewesen, das ich einfach super cool fand, obwohl ich nicht gewusst habe, dass sie Legendary ist, aber sie ist einfach mega besonders und da hat Adopt Me wirklich einen richtig guten Job gemacht, oder? Wir gucken mal ganz kurz, ähm, ob wir noch ein weiteres Legendary haben, denn ich dachte, wir haben zwei, aber wie gesagt, ich habe keine Ahnung. Ich habe absolut keine Ahnung und ihr wisst das bestimmt besser, ihr könnt mir mal gerne in die Kommentare schreiben. Vielleicht ist das hier noch ein Legendary, seht ihr das? Ich bin mir aber wirklich nicht sicher, aber ich muss ehrlich sagen, ich bin so zufrieden mit Rosie, denn Rosie ist einfach das süßeste ever. Seht ihr das? Jetzt sind die Augen kleiner, oh mein Gott, sie ist so potzig, sie sieht irgendwie aus wie so ein Superhero. Mit ihr kann man quasi die Welt retten oder so, oh mein Gott, sie ist einfach zukehrsüß. Wir haben sie wie gesagt zweimal gezogen und wow. Schreibt mal gerne in die Kommentare, hattet ihr auch so viel Glück wie ich. Ich habe ehrlich gesagt nicht erwartet, dass wir Legendary bekommen und ich habe ehrlich gesagt auch nicht erwartet, dass wir so viele doppelt bekommen. Aber Leute, es sind nur acht Pets, was ich ziemlich cool finde. Ich finde es viel besser, wenn wir nur acht Pets haben und da einfach die Chance haben, richtig coole Pets zu ziehen, als dass wir richtig viele Pets haben und die einfach erstens vielleicht nicht so besonders sind und zweitens man irgendwie einfach ewig braucht, bis man das Pet bekommt, das man möchte. Das war es mit dem Video. Ich danke dir vielmals, bis zu den Lass sehr gerne einen Like, einen Kommentar und ein kostenloses Abo da. Dann hätte ich gesagt, bis zum nächsten Mal. Servus!